Liebe Schwestern und Brüder, wir entscheiden uns, etwas zu tun, weil wir dazu imstande sind. Nicht unbedingt, weil wir gedrängt werden oder weil wir müssen, sondern wir können es. Wie oft hören wir das? Im Menschen stecken unendliche Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Wir sind immer wieder neu angehalten, unser Potenzial voll auszuschöpfen. Und daraus wird eine große Versuchung. Denn die Gegenfrage heißt, dürfen wir alles, was wir können? Man kann das ja an sehr prominenten Beispielen deutlich machen. Denken Sie an den Fortschritt in der Biomedizin. Ist es sinnvoll? Dürfen wir am menschlichen Erbgut herumbasteln? Dürfen wir Kreuzungen vornehmen zwischen Tieren und Menschen, wie das jetzt schon in England geschieht? Wir können es. Und die Erfahrung ist, seit dieser Geschichte im Paradies, die wir eben in der ersten Lesung hörten, was wir können, tun wir irgendwann auch. Offenbar ist das der Preis unserer Freiheit. Die Möglichkeiten der Medizin, der Biologie, des Herumbastelns, die Möglichkeiten der Technik, aber auch, das ist vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt vom Konzept, die Möglichkeiten, die wir in der Kirche haben. Wir können diese Kirche verändern, wir können sie umbasteln, also dann los, machen wir doch mal. Wir machen sie so, wie sie uns passt, wie sie so für uns ein bisschen angenehm ist, komfortabel. Was die vorher gedacht und geglaubt haben, ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, sie passt jetzt für uns. Ist nur die Frage, was heißt uns? Was heißt, sie passt jetzt? Ist es einfach damit getan, unser Potenzial voll auszuschöpfen? Oder können wir einfach ohne Grenze, ohne Setzung, ja, oder um es deutlicher zu sagen, ohne Verbot leben? Ist es realistisch, wie uns oft, wir leben in einer solchen Zeit und Gesellschaft, die uns eintrichtert, eigentlich, es ist das Land und es ist die Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich weiß, wenn man genauer hinschaut, sieht man für einige mehr, für die anderen dann sehr viel weniger. Aber das wollen wir mal nicht kleinlich sein. Die Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten, ist doch toll, oder? Ist doch unglaublich. Wenn wir das an uns heranlassen, sind wir schon mitten im Evangelium angekommen. Denn das ist genau, was der Teufel hier mit Jesus macht. Jesus hat als Sohn Gottes unbegrenzte Möglichkeiten, ganz unbegrenzte Möglichkeiten. Und wir wissen, dass dieser Teufel ein Dreckskerl ist, weil er alles weiß. Blöd ist er nicht, liebe Schwestern und Brüder. Blöd sind höchstens wir. Der Teufel stellt keine dummen Fragen, sondern trickreichen, wie im Paradies. Hat Gott euch wirklich verboten, dass ihr von nichts irgendwie essen dürft? Nein. Das ist eine glatte Lüge. Sobald dieser Teufel den Mund aufmacht, lügt er. Das Neue Testament nennt ihn Vater der Lüge. Es beginnt im Paradies. Wir haben das gehört. Nein. Im Paradies ist alles möglich und alles ist erlaubt. Außer einer einzigen winzig kleinen Regel von einem Baum, von den unzähligen, nichts zu essen. Hat er wirklich gesagt, ihr dürft nichts essen? Und schon ist es dieser eine Baum, der riesig groß wird und der mich in meiner Freiheit begrenzt und der mich mein Potenzial nicht voll ausschöpfen lässt und der mich behindert in meinen Lebensmöglichkeiten und es ist eine Unverschämtheit, dass Gott überhaupt eine solche Regel setzt. Wie kommt er überhaupt dazu? Schließlich bin ich doch Adam und Eva. Nur, wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind genauso gut wie der. Hören wir heute in vielen Variationen diese Geschichte. Und genauso hier in dieser Versuchungsgeschichte des Evangeliums. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, natürlich weiß der Teufel, dass er es mit dem Sohn Gottes zu tun hat. der weiß es sehr gut. Manchmal besser als die einen oder anderen in der Kirche. Der Teufel weiß es, mit wem er zu tun hat. Aber die Art, so hintenrum eine Frage zu stellen und dann einen gleichzeitig bei der Identität, beim Selbstbewusstsein, beim Stolz am Schlawittchen zu packen. Zu sagen, naja, dem werde ich gleich mal zeigen, wer hier Sohn Gottes ist, oder? Es ist das Starke, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dieses Evangelium jedes Mal am Beginn der 40-Tage-Zeit hören, dass wir unbedingt von Jesus zu lernen haben. Er, der unbegrenzte Möglichkeiten hat, er nutzt sie nicht. Er hat Hunger. Er lebt unter den Bedingungen wie wir. Auch wenn wir denn wirklich einmal fasteten, hätten wir auch Hunger. Ein für uns inzwischen seit Jahrzehnten relativ unbekanntes Gefühl. Aber das Potenzial, das ich habe, nicht auszunutzen. Jeder von uns hat Potenzial. Jeder von uns kann selbst, wenn er diese strengen Regeln, die ich da letzte Woche ausgeteilt habe, befolgt, den Tisch vollpacken mit Sachen, die immer noch erlaubt sind und wird satt. Ja, wir haben diese Möglichkeiten. Müssen wir die nutzen? Können wir es nicht auch begrenzen? Freiwillig? Um einen wirklichen Schritt in eine Freiheit zu tun. Um nicht denken, wir müssen uns selber etwas beweisen. Ich kann doch machen, was ich will. Wer will mir denn das sagen? Da sind wir schon dem Teufel auf den Leim gegangen. Wenn wir auch nur eine kleine Spur so denken. Oder dieses mit auf die Tempel ziehen und nehmen. Na ja, aber du, wenn du Gottes Sohn bist, steht doch in dem Psalm, Psalm 91, der an diesem Sonntag eigentlich den liturgischen Texten das ganze Gepräge gibt. Da steht doch, dir passiert nichts, da kommen doch die Engel und tragen dich, spring doch runter. Kleine Demonstration, eine kleine Demo, wäre doch toll. Wäre doch so ein Vorschlag in unserem Bistum für die Jugend und für die Citykirchen, so eine kleine Demo vom Sohn Gottes, der springt runter und nichts passiert. Kommen Engel und die tragen den ganz toll. Das ist doch super. Machen wir einen kleinen Videoclip von, stellen auf Facebook ein. Das wird sicher oft angeklickt. Und da kommen auch wieder mehr Leute in die Kirche, weil das, das kapiert jeder. Macht er aber nicht. Also muss der Teufel dann doch aufs Ganze gehen. Und er ruft nicht das Potenzial Jesu ab, als Sohn Gottes mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten, sondern er muss die Karten auf den Tisch legen. Er muss sein Potenzial zeigen. Was ist das? Was ist dieses Potenzial, das der Teufel selber auf den Tisch legt? Das blöde Geld. Nichts anderes. Wir müssen es uns wirklich bewusst machen. Er zeigt ihm alle Reiche dieser Erde, allen Reichtum. Alles, was man so mit dem Stichwort Gold verbindet. Es ist dieses blöde, stinkende Scheißgeld, das er ihm zeigt. Und denkt, es ist doch wie immer. Also an dem Punkt muss er aber schwach werden. Weil jeder da schwach wird. Und wenn sie viele politische Konflikte reduzieren, viele persönliche Konflikte reduzieren, viele familiäre Konflikte reduzieren, um was geht es? Um eine, nein, ich sage es nicht, um eine blöde Erbschaft? Es geht am Ende immer ums Geld. Und der Teufel weiß es. Und immer, wo es um dieses Geld geht, ist er im Spiel. Und wir sollten uns sehr ernsthaft fragen, ob wir als sterbende Kirche in diesem Land, die gleichzeitig stinkreich ist, wessen Geschäft wir eigentlich betreiben? Wessen Geschäft wir eigentlich betreiben? Das müssen wir fragen. Wir müssen es sehr, sehr ernsthaft fragen. Denn letztendlich wird immer über das Geld entschieden. Ich hatte am Freitag noch in Trier so ein Gespräch. Da ging es auch nur ums Geld. Alles andere ist wurscht. Wir hatten unser Budget überschritten letztes Jahr hier. Mir ist klar, wer die Finger da im Spiel hat. Da will ich gar niemanden persönlich beschuldigen. Es sind alles brave Leute, die ihren Job machen und ihre Aufgabe erfüllen und das sagen, was sie sagen müssen. Aber als Ganzes, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir uns fragen, wessen Spiel wir spielen? Wessen verlängerter Arm wir sind mit unseren Entscheidungen, mit unseren unbegrenzten Möglichkeiten, die wir abrufen und wofür wir diese angeblichen Möglichkeiten einsetzen? Und was wir zu lernen haben, jeder und jeder von uns und alle zusammen, die ganze Kirche, ist dieser eine Satz. Und deshalb gibt es diese Zeit vor Ostern. Vor dem Herrn, deinem Gott allein, sollst du dich niederwerfen. Vor sonst niemandem. Vor Gott allein. Es ist gut, wenn wir das wirklich auch körperlich üben. Wir machen das Werk, das jetzt, am Ende der Tagzeiten. Das ist ein bisschen komisch, wenn man da von außen zukelt, und denkt, was machen sie denn jetzt schon wieder? Du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott allein, niederwerfen. Sie können das zu Hause tun, wenn niemand hinschaut. Wie Jesus uns das im Evangelium, in der Bergpredigt, am Mittwoch, zu Beginn dieser Zeit gesagt hat. Geh in deiner Kamera und schließt die Tür zu. Das ist auch gut. Aber es muss uns deutlich werden, dass es keinen anderen Weg gibt. Wir können die Heilige Schrift zitieren, wir können Spruchkalender herausgeben mit Bibelfersen. Kann der Teufel auch? Wissen wir ja. Bei der zweiten Versuchung kennt er die Heilige Schrift schon. Und er kannte sie vorher. Damit ist es nicht getan, fromme Sprüche zu machen. Man muss die frommen Sprüche auch leben. Man muss sie ernst nehmen. Wenn die Väter der Wüste sagten, für alles, was du tust, suche ein Wort der Heiligen Schrift, dann heißt es nicht, um deine Untaten zu verbergen oder dies oder jenes, ein frommes Mäntelchen drum zu hängen, sondern etwas in Einklang zu bringen. Genau wie Jesus das hier dreimal vorlebt. Er, der als Sohn Gottes seine Möglichkeiten nicht ausschöpft, sondern das tut, was uns Paulus in der zweiten Lesung ein bisschen kompliziert, ich gebe das zu, zu erklären versucht. Er geht genau den umgekehrten Weg. Er nimmt alle Beschränkungen dieser Erde auf sich und hält sie aus und trägt sie. Und es zerquetscht ihn am Kreuz, sodass er ausblutet für dich und für mich. Das ist der Weg Gottes. Das ist der Weg des Sohnes Gottes. Und darin gewinnt er sich und allen die wahre Freiheit und das bleibende Leben. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Weg. Wir wollen in diese 40 Tage neu gehen, Schritt für Schritt. Es ist nicht immer einfach, es ist manchmal mühsam, anstrengend, es hängt mit Versuchungen zusammen, aber wir dürfen nie vergessen, es gibt einen Weg. Und es gibt einen, der ihn gegangen ist. Wenn wir in seiner Spur bleiben, werden wir immer ankommen, im Ostern. wie auf ihn geschaffen hat, nehmen wir Und es ist sagen